Zahnimplantate sind eine beliebte Behandlungsoption F1 Viertel R Personen, die eine dauerhafte Lassung F1 Viertel R fehlende Z.A. nie suchen. Doch nicht jeder ist ein geeigneter Kandidat F1 Viertel R Zahnimplantate. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, wie man herausfinden kann, ob man F1 Viertel R Zahnimplantate in Frage kommt oder nicht. Zahnimplantate sind K1 Viertel in estliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen implantiert werden, um eine feste Basis F1 Viertel R Zahnersatz wie Kronen, Bra 1 Viertel Zeken oder Prothesen zu schaffen. Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu herkömmlichen Zahnersatzoptionen, wie Z. B. Eine bessere Arztetik, verbesserte Funktionalität und Langlebigkeit. Aber nicht jeder ist ein guter Kandidat F1 Viertel R Zahnimplantate. Es gibt bestimmte Kriterien, die F1 Viertel LLT sein ma 1 Viertel SN, damit die Implantation erfolgreich ist. Im Folgenden werden wir einige Faktoren betrachten, die bestimmen, ob sie F1 Viertel R Zahnimplantate in Frage kommen oder nicht. 1. Gesunder Kieferknochen Einer der wichtigsten Faktoren F1 Viertel R den Erfolg von Zahnimplantaten ist ein ausreichendes Kieferknochenvolumen. Der Kieferknochen muss stark genug sein, um das Implantat zu unterster 1 Viertel 10 und eine feste Verankerung zu gewahreisten. Daher ist eine Voruntersuchung durch einen Zahnarzt oder Kieferchirurgen notwendig, um den Zustand ihres Kieferknochens zu beurteilen. Wenn der Kieferknochen zu schwach oder zu da 1 Viertel NN ist, kann dies die Implantation erschweren oder sogar unmöglich machen. In solchen FALN kann ihnen Knochenaufbauverfahren wie Knochentransplantationen erforderlich sein, um die natige Knochenmasse zu schaffen. Wenn ihr Kieferknochen gesund und ausreichend ist, stehen die Chancen F1 Viertel R eine erfolgreiche Implantation gut. 2. Gute Mundhygiene Eine gute Mundhygiene ist entscheidend F1 Viertel R den Erfolg von Zahnimplantaten. Eine schlechte Mundhygiene kann zu Infektionen F1 Viertel R den, die die Heilung beeinträchtigen und das Risiko von Implantat aus Stoiaeha hinkannin. Daher ist es wichtig, dass sie regelmaeig ZA nie putzen, Zahnseide benutzen und regelmaeige Zahnarztbesuche wahrnehmen, um sicherzustellen, dass ihr Mund gesund ist. Wenn sie an Zahnfleischproblemen wie Parodontitis leiden, kann dies auch die Implantation beeinträchtigen. In solchen FALen ist es wichtig, dass diese Probleme vor der Implantation behandelt werden, um eine erfolgreiche Integration des Implantats zu gewahrleisten. 3. Allgemeiner Gesundheitszustand Ihr allgemeiner Gesundheitszustand spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Eignung F1 Viertel R Zahnimplantate. Chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen kann Ihnen das Risiko von Komplikationen nach der Implantation AHA hin. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt besprechen, bevor Sie sich F1 Viertel R Zahnimplantate entscheiden. Rauchen ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Eignung F1 Viertel R Zahnimplantate beeinflussen kann. Rauchen kann die Heilung nach der Implantation verlangsamen und das Risiko von Implantat ausstoher erheben. Wenn Sie Raucher sind, ist es ratsam, vor der Implantation mit dem Rauchen aufzuharren, um die Erfolgschancen zu verbessern. 4. Alter und Lebensstil Das Alter und der Lebensstil kann Ihnen ebenfalls eine Rolle bei der Eignung F1 Viertel R Zahnimplantate spielen. Im Allgemeinen gibt es keine Altersgrenze F1 Viertel R die Implantation, solange der Kieferknochen ausreichend ist und der Gesundheitszustand gut ist. Auch ein aktiver Lebensstil kann von Vorteil sein, da K-Pärliche Aktivitate die Heilung nach der Implantation F1 R kann. Zusammenfassend ist es wichtig, dass Sie eine GAA 1 Viertel endliche Voruntersuchung durch F1 Viertel rennen lassen, um festzustellen, ob Sie F1 Viertel R Zahnimplantate in Frage kommen oder nicht. Ihr Zahnarzt oder Kieferchirurg wird Ihren Kieferknochen, Ihre Mundhygiene, Ihren Gesundheitszustand, Ihr Alter und Ihren Lebensstil bewerten, um zu bestimmen, ob Zahnimplantate die richtige Behandlungsoption F1 Viertel R Sie sind. Wenn Sie F1 Viertel R Zahnimplantate geeignet sind, kann dies eine lebensverändernde Lassung F1 Viertel R fehlende Z-Ani sein. Mit einer guten Mundhygiene, regelmal eigenen Zahnarzt besuchen und einem gesunden Lebensstil kann Ihnen Zahnimplantate Ihnen helfen, Ihr Latzschellen und Ihre Lebensqualität zu verbessern.